Hallo liebe Zuschauer zur heutigen Ausgabe des Trading-Tipps. An der Börse geht es sehr freundlich heute zu. Der DAX hat ein neues Kaufsignal geliefert und auch in Amerika sind die Vorboten sehr positiv. Und eine Aktie hat gestern Abend schon sehr auf sich aufmerksam gemacht und das ist der Sportartikelhersteller Nike. Wir sehen es hier gleich im Chart, dass sich hier etwas zusammengebraut hat in den letzten Wochen und jetzt quasi der Vulkan ausgebrochen ist. Wir sehen hier diesen Widerstand bei 70 Dollar, den hat die Aktie jetzt gestern eben nachhaltig überwunden. Wir sind gestiegen auf 71,60 Dollar und haben damit ein massives Kaufsignal generiert. Das Kursziel, das sich aus der Formation der letzten Wochen ableitet, ist, wenn man diese Differenz hier oben ansetzt, rund 77, 78 Dollar. Das sind also nochmal so zwischen 8 und 9 Prozent, den die Aktie jetzt so auf Sicht von ein, zwei Monaten vor sich hat. Und natürlich kann man das Ganze mit einer Hebespekulation unterlegen, damit man auch mehr Rendite erwirtschaften kann. Hier eingeblendet ein Nike Factor Long unseres Produktpartners Morgan Stanley. Aktueller Kurs 17,60 Euro. Faktor 4, also durchaus sportlich, um beim Chargon zu bleiben. Das Kursziel, das sich eben aus der Formation ableitet, sind um die 22 bis 24 Euro, je nachdem, wie schnell der Anstieg gehen sollte. Und den Stoppkurs, den würde ich bei 15,80 Euro, also etwa 10 Prozent unter dem aktuellen Kurs platzieren. Dann wäre das Trading Setup perfekt. Das war es schon wieder für heute. Wir sehen uns morgen nochmal am Freitag. Bis dahin. Tschüss.